Okay, hier bin ich wieder. Musste kurz Frap-Zoomachen, aber letztendlich können wir weitermachen. Keine Ahnung, warum auf einmal My The Magic jetzt damit angefangen hat. Und ich habe gemerkt, dass ich für diesen Todesdoos scheinbar immer den Kopf anvisieren muss. Zweimal heilen, bitte. Ich finde, das ist ein guter Deal. Zweimal heilen für... Zweimal heilen für den Verbrauch von einer Mana-Flasse. Was? Ach da. Komm her, komm her! Ich zieg dich zurück ins Grab. Ja, und übrigens, ganz passend. Ganz aktuell, ganz passend zu Dark Messiah, My The Magic, Spielings. Und bumm. Zack, und... Zack. Und... Zack. Das Special hebe ich mir ein bisschen auf. Für den nächsten Gegner. Ihr seht, so langsam komme ich mit den... Das sind Arantiers-Hunde. Sie haben einen Weg hier rein gefunden. Hm. Aber ihr seht, so langsam komme ich voran. Bzw. Kriegst du es endlich mal gebacken mit der Story... Äh, Story. Mit der Säuerung. Müssen wir da hin? Müssen wir hier hoch? Hm. 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 Pluff. Verschlagen. Yay. Mana-Tränke. Zum ersten Mal können wir sie wieder gebrauchen. Haha. Okay. Ich bin ja gerade fast, äh... Gestolpert. Ich wäre nur gestolpert. Okay. Wo müssen wir jetzt lang? Das ist meine Frage. Also... Okay. Da ist wieder... Ach ja, da habe ich noch einen Trank vergessen. Sorry. Den hole ich mir jetzt. Aber erstmal springe ich hier ein bisschen vor dem Trank herum. Weil ich... Die Taste verwechselt habe. Ah, ja. Äh, was ich sagen wollte. Ganz aktuell spiele ich... Äh, parallel... Äh, na, parallel eher nicht, aber... Ich spiele... Gerade ganz passend... Das Original-Might the Magic. Ah, hier ist was. Muss ich hier irgendwas tun? Hier ist eine Markierung. Eine Art Markierung. Muss ich hier irgendwas machen? Ach, ich habe vergessen, dass ich treten kann. Hm, hm. Nee, treten muss ich das nächste. Was muss ich dann tun? Einfach benutzen? Hm. Was muss ich an dieser Stelle machen? Nee. Zertreten kann ich hier nichts. Ähm... Ähm... Nochmal ein bisschen Überblick, bitte. Also. Gut. Da geht's wieder zurück. Zurück. Okay. Hier war ich das so. Hier habe ich mit meinem Seil... Äh, mit meinem Bogen gespielt. Den ich übrigens jetzt nochmal auspacke. Weil ich vermute, dass da jetzt irgendwie... Äh... Seht mal. Seht mal da oben. Ich habe da eine Vermutung. Ah-ha! Sieh mal einer, guck. Ein Eingang. Hier ist Balser jetzt nochmal. Äh... Habe ich das gesagt? Was ich parallel spiele? My Magic. Teil 6. Ähm... Mandate of Heaven. Den Teil spiele ich gerade. Und da kommen sie. здесь. Ah. Ich safe die Fießer. Ach, wisst ihr? Ich safe eigentlich alle Fießer. Die nicht bei 3... Die nicht bei 3 tot sind. Wisst ihr? Ah-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Das war der... Wutausbruch-Wurf. Und so. Keine Ahnung. Smats, Smats, Smats. Ja, komm her, du Untoter. Äh, vergiftet. Na, danke. Ah, er ist schon tot. Gut, gut, gut. Heile, heile mach. Heile, heile mach. Im Preis für einen, äh, im Preis von einem Mana-Trank. Alles kaputt machen. Weil da kann überall was drin sein. Wie kann ich wieder aus dem Menü raus? Ach ja, rechte Maustaste. Wisst ihr, es hat jetzt noch nie nötig, aus dem Menü wieder rauszugehen. Aber, äh, Samba ist kein Gegner da. An dieser Stelle machen wir eine, machen wir einen Cut und Ah, da sind die Gegner, okay. Dann machst du jetzt einen Cut und wir sehen uns dann gleich und kämpfen dann gegen die drei untoten Typen da. Obwohl, hm. Ähm. Nee, 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 nee. Ich mach noch keinen Cut. Ist, äh, mach, er ist in Burg. Ich nehm noch ein paar Minuten auf. Jetzt hab ich so, kann ich so daraus zwei Minuten, zwei Episoden machen. Ich hasse das vergiftet werden. Aber diesmal hab ich auch Gegengifte und benutze sie ja auch. Ja, ja, ja. Euer Seraphon, der lernt. Geht mir aus dem Weg. Oh. Ein toller Swinger, ne? Äh, schnell Heile mache. Ich war zweimal das Ganze. Danke. Und dein Kamerad ist nicht mehr. Ich kümmere mich jetzt mal um den her. Und präzise die. Ich weiß nicht warum, aber ich kann nur die, ähm, Schütz killen, wenn ich auf den Kopf ziele. Äh, und zack. Bleib fliegen. War's das jetzt mit den Untoten? Ich hoffe. Ah, ich höre noch einen. Ich habe ihn, ich bin auch richtig sicher. Oh. Und noch einer. Ah. Und? Ah. Und zack. Und. Und. Waaah. Ha ha ha. Waaah. Sorry. Oh. Ein Mana-Tank. Und dann Heile machen. Ich weiß. Ähm. Oh nein. Wie viele kommen hier eigentlich von denen. Okay. Hm. Jetzt sehen wir das mal an. Guckt mal. Kann man das nicht kurz machen? Da unten sind noch drei und Tote. Ähm. Mal sehen. Das wird doch irgendwie zum Machen sein, dass ich das kaputt kriege. Oder? Kriegen wir uns kaputt? Sieben Minuten noch nach wie viele kommen noch? Oder kann man die auch alle tot kriegen? So. Die sind so mal Geschichte. Aha. Aha. Ah. Äh. Hey. Na toll. Nix drin. Oh. Da ist was drin. Giftgriff. Aha. Und. Treffer. Äh. Ja. Ich weiß, dass dumm ist, äh, dass du giftig bist, aber diesmal nicht, Jura. Diesmal nicht. So. Hm. So langsam krieg ich die Säuung besser hin. Ich weiß, dass So. Noch einer ist weg. Und. Das sollte endlich mal der Letzte sein. Nein. Da ist noch einer. Aber ich hoffe, dass das der Letzte. Und zack. Und zack. Und zack. Und zack. Und zack. Verfehlt. Ach, dann sehen wir uns mal so. Und jetzt. Endlich ist Ruhe. Und ich mache dann hier endlich mal einen Cut. Und wir sehen uns dann das nächste Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Dark Messiah My Domestic. Also. Bis dahin. Ciao.